Wunderschönen Tag liebe Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Super Mario Maker 2 gemeinsam mit der einzig wahren Siege. Hallo Kino. Platsch, Platsch, Platsch. Hallo, was geht? Das Platsch hat noch einen ganz gewissen Grund, denn wir haben einen Insider bei Kino entdeckt, möchte ich hier an der Stelle mal erwähnen. Und der wird auch hier wahrscheinlich Thema werden, oder? Verzweifle ich, aber wir werden es versuchen. Wir werden es probieren, auf alle Fälle grüße euch ihr Carpardos. Oh ne, Bee Sanctuary. Oh ne, ich hasse Bienen. Ich habe jetzt gerade den Titel gar nicht gelesen, aber Bienen, echt? Oh Gott. Bienen, es hat was zu tun mit Bienen. Das kennen wir schon. Bienen oder das Level? Das Level. Oder? Ich glaube, das kennen wir schon. Weiß es nicht, es könnte sein. Wenn am Schluss Bomben kommen, wo wir uns einmal gedoppelt haben. Okay, ne, 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 wir kennen es nicht, wir kennen es nicht, weil da gab es nicht sowas. Da bist du an der Stelle selber schuld. Einfach runterrutschen, easy. Ah, du hast Glück gehabt. Aha, da kommt mal eine schöne Schlangen-Plattform. Ich hasse die übrigens in jedem Mario-Spiel. Ja, die Schlange halt. Ja. By the way, ich kann mich erinnern im, äh, in, oh Gott. Äh, im... Warum kommt da jetzt eine raus? Ja, weil es eine grüne Röhre ist. Warte mal, erstmal reingehen. Ne, geht gar nicht. Äh, im... New Super Mario Bros. DS. Im Hauptspiel. Da gibt es ja, glaube ich, sogar zwei Castles, die nur mit Schlangenblöcken sind, soweit ich weiß. Das war höllisch. Das kann gut sein, ja. Das war höllisch. Also, du hast mir doch letztens jemand erzählt, dass New Super Mario Bros. DS das schwerste sein soll. DS? Ja. Nicht wirklich, finde ich. Ich bin drin, hoch. Äh, muss man da nicht hoch? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, weil da geht's weiter. Aber oben geht's auch weiter. Ducken, ne? Hätte ich gesagt. Oh, lass da wirklich, oder was? Ja, sicher. Die können ja nur gerade fliegen. Oh, Powerblock. Nein! Da unten ist das Ziel! Da unten ist das Ziel! Danke. Gott sei Dank, danke. Danke für die Hilfe. Nee, DS ist niemals das Schwierigste. Ich bin relativ gut vorangekommen. Ja gut, okay. Die Lava-Welt, die hat manche Schwierigkeiten. Das stimmt schon. Aber. Wirklich, das Schwierigste. Habe ich mal so gelesen. Sieben, ja okay. Da gibt's dieses Level-Labyrinth, wo du die richtigen Secret-Access finden musst. Vielleicht, weil du manche Sachen ohne diesen blauen Panzer oder den Maxi-Pilz nicht bekommst und den kriegst du halt nur zu seltener. Vielleicht deswegen oder eben wegen dieser achten Welt. Weil da gab's auch einige. Ja, aber da gab's ja viele, viele Sternenmünzen. Das habe ich ja auch kritisiert dann am letzten Part. Kritisiert hast du etwa? Ach du Scheiße. Ja, im letzten Part habe ich sehr kritisiert, dass ich glaube 10 Sternenmünzen locker nur durch manche Items erreichbar sind und sonst gar nicht. Und das ist eigentlich in keinem anderen New Super Mario Bros. so. Oder Mario Bros. Kannst du es wagen, etwas zu kritisieren? Weißt du nicht, was dir das für Probleme bringen wird? Ne, das hat mich am DS-Zeit wirklich am meisten abgefuckt, dass halt sehr viele Sachen ohne gewisse Items gar nicht möglich waren. Da geht's gar nicht weiter, okay. Ja, bei mir schon, da ist ein Checkpoint. Wie bin ich da denn jetzt verreckt? Ich bin einfach runtergelaufen. Das war dumm. Schnell, okay. Wow, Alter. Ich hätte damit rechnen können, dass man sich da oben den Kopf stößt, aber okay. Ach, da oben ist ein Dingens. Ja, gleicher Fehler wie ich. Konzentration. Wow. Super Konzentration. Hab's aber auch. Gut, zum Glück. Rote Röhre oder... Äh, links ist nix. Was erwartet uns da jetzt? Das ist die gute... Äh, Scrolling und das fackt mich jetzt schon. Oh, ne, bitte nicht Scrolling. Ach, Gott. Ach. Ist sowas hier recht beliebt. Naja, aber man macht sich trotzdem viele Feinde damit. Ich habe auch schon... Ich glaube, ich bin zu früh draufgegangen. Ich glaube, ich bin viel zu früh draufgegangen. Es kann sein, dass du vielleicht rausgeschoben wirst, wenn's blöd läuft. Es kann sein. Braucht man das? Ah, okay. Hier muss man sich kurz runterstellen. Pff. Ja, okay, gut. Ich bin froh, dass ich die Blume hab. Was soll die Blume her? Gab's dort. Lol. Achso, weil ich vorhin den Pilz schon genommen hab und dachte... Hui, da ist Bum Bum. Äh, I need your help. So. Den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Hab ich was gesagt? Nee. Das war... 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 War reine Satire. Wir haben Bum Bum doch schon oft geklatscht. Das war reine Satire hier jetzt an der Stelle. Das war reine... Warum spawn ich am Anfang? Ich weiß es nicht. Ja, man kann's eh sparen. War gut. Ach, Mann. Also bis jetzt haben wir schon mal die besseren Level als bei dir bei den Aufnahmen. Finde ich. Spreit. By the way, schaut die nächsten Parts, die bei Kino kommen unbedingt. Das ist wichtig, denn was da passiert teilweise. An der Stelle, ist das bei dir nicht Folge 101? Nee, das ist jetzt 99, weil ich mich beim letzten Mal vertan habe. Okay. 100 wird lustig werden, das sag ich jetzt schon. Und 101 ist dann... Das wird dann irgendwie so ein ganz langweiliges Video. Ich seh's schon, komm. Ja, halt's Maul. Ehe Minuten einfach nichts. So richtig, klick, klick beim Academy. Das haben wir schon so oft gehabt. Wir sich gleich freuen. Ich liebe das Level, ey. Das ist aber jetzt schon das vierte oder fünfte Mal, dass wir das in unseren Videos haben, oder? Vielleicht gelingt uns diesmal auch wirklich alles First Try. Wollte gerade sagen, wenn wir das jetzt nicht First Try, ne, bin ich auch sehr enttäuscht. Fuck! Kriegst du nach dem Checkpoint den dritten Sprung dann mal hin? Weil der hat das so, glaub ich, immer verkackt. Hey, wo bist du? Nein! Ja, das war der Schwierige. Oh, danke. Also mit First Try war's das dann wohl? Ja, aber Second Try kriegen wir hin. Wir haben schon lange keinen mehr Level Soins gehabt, okay, an der Stelle. Das ist unsere Verteidigung. Könntest du kurz warten? Hattest du nicht letztens mal eins? Mit Lorena, stimmt. Warum soll ich warten? Ich war noch am Checkpoint, da kannst du doch auch spawnen. Stimmt, mit Lorena hatte ich eins. Lorena konnte das gar nicht. Ja, wenn wir es noch nicht gemacht haben, als wir das erste Mal hatten, wir konnten wir es ja auch nicht. Mhm, ich hab den Checkpoint. Nee, ich kann mich noch erinnern. Im zweiten, oder was? Ja, ich kann mich noch erinnern, und da ist ich gleich direkt das Ziel. Ja. Ich nehm natürlich das große Ziel. Du stirbst, ne? Nee, das ist mir einmal passiert. Aber das war auch ein Clearpipe-Level. Ja, das weiß ich nicht, das ist ganz lange mit der Wüste. Ja, das war auch gut. Ja, wo ich da am letzten Sprung verkackt habe. Aber komplett. Nee, mit Lorena, sie konnte das gar nicht. Ich hab's dann mal vorgeführt. Sag mal so, wie es ist. Ich kann mich noch an dieses eine erinnern, wo wir auch so oft gefehlt sind. Dieses eine 3D-Wort-Level in Partys da. In diesem Party-Ding da. Dieses Nacht-Team da. Kannst du dich erinnern? Ich weiß nicht, was du meinst. Aber gar nicht. Da, wo wir ganz schnell sein mussten. Speedrunner und am Schluss kamen auch solche Röhren-Champs. Wir haben nicht gecheckt, was wir da machen müssen. Ach, das meinst du? Das ist schon länger her. Das war in irgendeinem Best... Ja, das war noch in meinem Best-Of drin, ne? Ja. Da gab's auch so ein Level. Damit dann ist er... Das kennen wir halt auch schon. Ah, komm. Jetzt aber beim ersten Try. Stimmt, aber beim ersten Mal richtig geschickt. Das ist in deiner Folge gewesen. Ja. Ey, kommt jetzt wieder die Zeit, wo wir nur doppelte Level haben? Es gab eine Zeit, da hatten wir es oft und dann hatten wir es so gar nicht mehr. Es gab ja einmal einen Part, da hatten wir, glaube ich, nur doppelte. Und dann hatten wir in der Folge halt zweimal. Aber gab's nicht einen Part, den wir sogar bei dir hatten, wo wir in der gleichen Folge zwei bekommen haben? Nein. Also zwei identisch. Das wär mir neu. Ja. Nein, nein, nein. Ach stimmt, da wär das Ziel. Verdammt. Verdammt. Das stimmt, da war jetzt... Ich dachte jetzt, ich muss in die Rohre rein, ey. Nee, nee. Ich hab das schon komplett vergessen. Die Rohre ist nur fake. Ich habe das schon vergessen. Aber hey, jetzt haben wir's geschafft. Stimmt, Mario, was ist das... Stimmt, ich hab doch gerade vorhin den Namen im Kopf durchgelesen und dachte doch, irgendwoher kenne ich das. Also jetzt haben wir schon zwei Level gehabt, die wir kennen. So, noch eins? Alle guten Dinge sind drei, let's go. Noch mal Clearpipe, Adam, let's go. Das gleiche wollte ich gerade aussagen. Genau das gleiche. Es wird mich nicht überraschen, wenn das jetzt irgendwie so in die Richtung kommt. Okay, schon mal nicht. Das weißt du nicht, vielleicht ist das was anderes, was wir schon hatten. Vielleicht. Äh, glaub ich nicht. Sagt mir zu. Also es sieht schon sehr anders aus. Ach so. Oh. Ja gut, da brauchen wir ein bisschen mehr Anlauf. Ist so klar, ne? Nein! Ja, ich hab versucht, so Smalljumps so kleine zu machen und auch nicht... Ah, verdammt, du musst wirklich an der letzten Kante von dem Dreck springen. Ich hab so'n Gefühl, du hast es nicht geschafft. Ich schlage ja gerade mein Mikrofon. Ich hab's gehört. Alles gut, ich hab's gehört. Ja, jetzt, warte. Ja, okay, gut. Einmal... Was?! Wo kommst du denn jetzt her?! Das ist jetzt aber ein bisschen lächerlich. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Reicht schon? Reicht schon? Der kommt wieder! Der kommt wieder! Der kommt wieder! Da ist das Ziel! Da ist das Ziel! Danke! Der kam wieder, Alter! Oh! Ich konnte mich leider nicht retten. Der kam wieder. Deswegen ist er doch ein On-Off-Knopf, ey. Ja, das hatte ich, ich musste ja irgendwie unten durch, es ging nicht anders. Ich wollte ihn ja nochmal zurück aktivieren, aber ging halt nicht. An sich war das Level Schmutz, ne? Ja, eigentlich. Wir haben halt schon wieder so Schmutz, Level 1 geht noch. Komm, Clear Pipe Academy, let's go. Ich weiß, du willst es doch. Ich will mir das ja nicht fest tryen. Es kommt der Tag, wo wir es schaffen, okay? Desert of the Inverted Paramites, okay. Allein schon die Deutschlandfahne macht mich stutzig. Naja, ist nicht so schlimm wie diese Österreicher. Ja, die auch, die sind schlimm, wirklich. Musst du nur Lea und mich fragen, was mir bei dem einen Level mitmachen muss. Mein Bezug war jetzt eigentlich auf dich gerichtet, aber okay. Ja, ich mache auch schlimme Level. By the way, jeder, der meine Level... Das absolute Lieblingsding von Kino. Ich verstehe aber auch nicht, warum das eigentlich existiert in diesem Spiel. Ich kann das halt null, ne? Ja, ich hätte auch nicht. Oh, da muss man links in die Tür. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Um die Tür zu öffnen, muss ich denn nach unten drücken? Ja, ne? Ich glaube schon, ja. Bom, bom, okay. Das wird ein Kampf. Erlebst du noch? Ja, ich lebe noch, ja. Okay. Ich probiere es nochmal, weil ich habe mal wieder dies alles komplett verpeilt. Ich weiß nicht, warum man gegen Boom Boom kämpfen muss, weil da ist nichts. Vielleicht ist es doch nur fake. Es sind ja zwei Richtungen. Ach so, du musst irgendwo einen Schlüssel hernehmen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich von Boom Boom, ja. Ja, weil da ist eine Schlüsseltür auf der anderen Seite. Ach so. Hast du schon? Nein. In die Tür musst du. Wo der Knochen von Trocken vorsteht. Okay. Ach, man muss doch unten drücken, ey. Ah, Mann. Äh, wegen den Knochen trocken. Halt mir bitte die vom Leib. Ach so, man muss ja unten drücken. Ja, schön, ne? Das wäre ganz nett. Du nicht. Du nicht. Du Schwein! Pass auf, das ist ein Steinblock. Ja, ich habe es gerade gesehen. Es war zu spät. Es war zu spät. Es tut mir leid, es war zu spät. Es sollte dir auch leid tun. Es war schon verloren, bevor es angefangen hat. Ach, da ist ja eine Feuerblume. Ja, wusstest du es vorher schon nicht? Nein. So, einmal treffen lassen und einfach durchflitzen, ganz kurz. Rein, runterdrücken, verdammt. Okay, und hier ist gleich direkt wieder die nächste Röhre. Und hier ist ein Checkpoint. Okay, also es ist... runterdrücken bei der scheiß Röhre, Alter. Ja, sicher. Wenn es schon bei der Tür ist. Ach, Mann, ey. Okay, hier ist ein One-Up. Ich vermute mal, wenn da schon ein Checkpoint ist, dass es wahrscheinlich nochmal so eine Passage kommt. Ich bin mir sogar relativ sicher. Ja, hier kommt eine Röhre. Ja, wahrscheinlich geht es nochmal in die verkehrte, oder? Natürlich. Ja, wäre auch viel. Es gibt ja nur zwei Welten, die du gehen kannst. Hier ist ein P-Switch. Achso. Ah, runter da. So, jetzt da schnell, 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 Brauch mehr. Digga, willst du mich verarschen? Warte mal, wie ist da jetzt der P-Switch ge... Ich verstehe es nicht. Wie ist das? Das ist der P-Switch. Der hast du noch ausgelöst, den P-Switch, oder? Ah, der On-Off-Schalter, ist der On-Off-Schalter irgendwo gedrückt worden? Ich weiß es nicht. Wow. Das war Skill. Das war richtig Skill. Oh, scheiße. Ja, super. Jetzt bin ich, jetzt bin ich in der Falle. Ich habe es aber überlebt. Ich habe es überlebt, Digga. So, ihr passt da alles. Jetzt ist der Knochen trocken weg, das passt. Ja, ich lebe noch, aber ich weiß nicht wie. Kommst du bitte mal her? Kleinen Moment. Ich brauche dringend Unterstützung. Ja, ich komme. Okay, ich bin irgendwie da durchgekommen, aber ich habe keinen Plastenschimmer, wie ich das gemacht habe. Hast du... Wo ist mein Schlüssel? Achso, wo hast du den Schlüssel gehabt? Wir brauchen eine dritte Münze. Ich dachte gerade, die hätten schon... Ich habe die dritte Münze gefunden. Okay, hast du sie auch? Nein, nein. Dieser scheiß Carmack, ey. Das ist ein Carmack, ich komme schon vor, zu... Achso, okay, jetzt hast du es. So, jetzt einfach da hoch und dann... Unten, okay. Weg da, ganz schnell. Noch ein Checkpoint, Alter. Ey, man, aber es ist glaube ich, wir halten es gerade am längsten. Und jetzt kommt Bowser. 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 Lass ihn bitte mal runterspringen, damit ich ihn klatschen kann. Ach, verdammt. Achso, du bist durch? Nice. Ja. Willst du ihn etwa klatschen, oder was? Ja, ich dachte irgendwie, dass er vielleicht einen Schlüssel aus hat. Ich habe die Röhre nicht gesehen. Achso, ja. Ja gut, dann passt das. Easy. Perfekt. Man freut euch schon mal auf Folge 100 an der Stelle. Mhm. Dann mag es. Aber an dieser Stelle ist mir die 99 zu Ende. Leute, bis zum nächsten Part. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Sau. Tschau, Untertitelung des ZDF für funk, 2017